FANTASIALAN Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Westernstadt Silver City mit dem Sheriff Office, Fun Card Center, dem Restaurant in den Shoes und dem Western-Salut, in dem Selber beweisen können, wie sie mit einem wild gewordenen Bullen zurechtkommen. Jedenfalls in der Westernstadt der Eingang zur Silver City. Fahren Sie einen Bergwerkszug zu aufregenden Abenteuern nach Mexiko. Genau vor uns jetzt ist der heimlichvolle Mystery Castle. Ein 65 Meter hohes Abenteuer, sicherlich nichts für schwache Nerven. Genau unter uns River Quest, eine einzigartige Raftinganlage mit der höchsten Abfahrt der Welt. Gleich hinter der Westernstadt der Aufgang zu Chinatown, in dieser Form einmalig außerhalb Asiens. Hier finden Sie Karmode und Tempel des alten Chinas, den China-Snack und das China-Restaurant. Ebenso Europas längste unterirdische Geistertrat, die fantastische Geisterrichter. In Chinatown finden Sie auch den Finu Palace, ein atemberaubendes und sinnverwirrendes Erlebnis, wo oben nicht mehr oben und unten nicht mehr unten ist. Gleich dahinter der Eingang zum Silveral Theater. Hier präsentieren wir Ihnen die temporeiche und actiongeladene Stuntshow, Beat of the Bronx. Meine Damen und Herren, wir haben im Gelände zwei erste Hilfestationen. Eine in der Westernstadt, die andere an der Hauptverwaltung links neben Galaxy. Hier können auch eventuell verloren begangene Kinder wieder abgeholt werden. Machen Sie sich jetzt bereit zu einer Fahrt durch unsere prähistorische Zeitschule. Lassen Sie sich zurückversetzen in die Zeit des Mammuts und der Dinosaurier. Erleben Sie die Führgewohnung Ihres Planeten, dargestellt in einer der damaligen Zeiten sprechenden Umgebung. Das war die Dinosaurier für die Dinosaurier. Jetzt ist er 숙iss. Also waren die Dinosaurier. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 An der linken Seite die Speed-Attraktion schlechthin. Galaxy katapultiert sie mit Lichtgeschwindigkeit ins All und wieder zurück. Nach rechts haben Sie jetzt einen herrlichen Ausblick auf den Phantasialand-Märchensee und den Wasserspielplatz Oktobusi. Dahinter der Tempel of the Nighthawk, eine der größten Indoor-Tour, erleben Sie in der Hollywood-Tour, die großen Filmszenen Hollywoods. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.